Schon vergeben? Der Vergaberecht-Podcast von Heuking Kühn-Löhr-Beutek. Diesmal Klimaklagen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Vergaberechts-Podcasts Schon vergeben. Mein Name ist Sarah Rose und mir gegenüber sitzt Johannes Baumann. Herzlich willkommen auch von mir. Johannes, möchtest du vielleicht einleitend sagen, warum wir uns heute hier zusammengefunden haben? Ja, klar, sehr gerne. Also wir möchten uns heute dem Thema Klimaklagen widmen. Und viele fragen sich vielleicht, was haben Klimaklagen mit dem Vergaberecht zu tun? Wir behandeln hier in unserem Podcast ja das breite Thema des Vergaberechts und haben in den letzten Folgen ja einen kleinen Schwerpunkt gelegt auf das Thema nachhaltige Beschaffung. Und dazu in mehreren Kurzfolgen einige Beispiele betrachtet, wie die öffentliche Hand ihren Einkauf nachhaltig gestalten kann und was es dazu braucht. In dieser Folge wollen wir an das Thema Nachhaltigkeit nochmal anknüpfen, aber den Blick auch etwas über die vergaberechtlichen Vorgaben weiten und uns damit beschäftigen, was eigentlich Klimaklagen sind und wie diese auch Auswirkungen auf das Vergaberecht haben können. Sarah, Klimaklagen, was bedeutet das eigentlich? Was ist damit gemeint? Ja, also was sind Klimaklagen eigentlich? Vorab, das ist noch kein fest umrissener Begriff, der entwickelt sich gerade noch, aber was man sagen kann, das ist letztlich der Oberbegriff für die verschiedenen Möglichkeiten im Wege eines Gerichtsverfahrens klimarelevante Sachverhalte aufzugreifen und letztendlich auf klimaschützende Maßnahmen hinzuwirken. Adressat ist meist der Staat als Hoheitsträger, aber auch in bestimmten Fällen private Unternehmen. Was wollen die Kläger eigentlich mit so Klimaklagen erreichen und bewegen? Zunächst einmal wollen sie auf klimaschützende Einwirkungen hinwirken, beziehungsweise dass der Adressat der Klage klimaschädliche Einwirkungen unterlässt oder auch Schadensersatz leistet für klimawandelbedingte Schäden. Ganz genau und immer mehr Klimaklagen werden erhoben, um entweder vom Staat oder von Unternehmen die Einhaltung von Schutzzielen und die Gewährleistung eines hohen Klimaschutzniveaus einzufordern. Gerade vor dem Hintergrund des Pariser Klimaabkommens kam es zu einer Vielzahl von weiteren Klimaklagen und der Großteil der Klagen, wenn wir in die Vergangenheit gucken, wurde immer noch abgewiesen. Aber seit einigen Jahren erkennen wir schon einen Trend, dass es immer öfter zu Urteilen kommt, in denen die Gerichte auch im Sinne der Kläger entscheiden und entweder Regierung oder Unternehmen konkret zu mehr Klimaschutz verpflichten. Dabei geht es den Klägern häufig nicht nur um den Einzelfall an sich, sondern sie wollen auch öffentlichkeitswirksam Druck ausüben, sowohl auf Unternehmen, dass diese ihre Unternehmenspolitik und ihr ganzes Handeln nachhaltiger gestalten, als es bisher ist. Und so auch eine Signalwirkung für die Wirtschaft setzen. Und das Gleiche auch, wenn sich Klimaklagen gegen Staaten richten, beispielsweise vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, wollen die Kläger versuchen, die Staaten dazu zu bewegen, mehr Klimaschutz zu tun und insgesamt vor allem weniger CO2 auszustoßen. Ja, die Anzahl der Klimaschutzklagen hat sich in den vergangenen fünf Jahren mehr als verdoppelt, das kann man sagen. Das ergibt sich zum Beispiel aus einem kürzlichst veröffentlichten Bericht des UN-Umweltprogramms. Genau. Und häufig handelt es sich bei diesen Klagen um strategisch geführte Prozesse. Das heißt, dass große Umweltorganisationen wie die Deutsche Umwelthilfe oder Client Earth mit Klägern, die individuell betroffen sind, zusammenarbeiten und deren Schicksale vor die Gerichte bringen, um zu versuchen, dass die Gerichte entweder Schadensersatz zusprechen oder Staaten verurteilen, konkret weitere Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen. Um hier vielleicht jetzt noch ein bisschen konkreter zu werden, stellen wir Ihnen gerne einmal die unterschiedlichen Formen oder Vorkommnisse von Klimaschutzklagen vor, und zwar getrennt erstmal nach Rechtsgebieten. Zum einen gibt es Klimaschutzklagen im Bereich des Zivilrechts. Da kann man sich zum Beispiel Klagen gegen Autohersteller oder gegen große Konzerne wie RWE oder Shell vorstellen. Dazu dann später gleich mehr. Ferner sind auch Klimaschutzklagen im Bereich des öffentlichen Rechts denkbar, zum Beispiel Naturschutzklagen, Klagen auf Einhaltung von Luftreinhalteplänen oder im Bereich des Bundesklimaschutzgesetzes. Und daneben, jetzt wird es ein bisschen spezieller, gibt es auch menschenrechtliche Klimaklagen, insbesondere vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Also gestützt auf wirklich Menschenrechte, insbesondere das Recht auf Leben aus der Europäischen Menschenrechtskommission. Ganz genau, und wir können sagen, dass das Feld von Klimaklagen mittlerweile so groß ist, dass wir hier natürlich keine abschließende Aufzählung leisten können. Die Klimaklagen gehen auch häufig über in Umweltklagen, also Klimaschutz meint dabei vor allem solche Klagen, die sich dagegen richten oder auf die Einhaltung sorgen, dass die von Menschen gemachte Treibhausgasemissionen reduziert werden. Umweltschutz umfasst darüber hinaus auch weitere Teile, wie beispielsweise den Schutz der Artenvielfalt oder die Reduktion von Plastikmüll in den Weltmeeren. Eine tolle Möglichkeit, sich über Klimaklagen und die Vielfältigkeit dieser zu informieren, bietet die Columbia University. Die hat zusammengestellt, welche Klimaklagen es im internationalen Kontext gerade gibt und das verlinken wir gerne in den Shownotes nochmal für Sie. Um diese Podcast-Folge aber nicht zu überfrachten und sie zu langweilen, beschränken wir uns jetzt auf einzelne Klimaklagen. Beginnen werden wir am besten mit dem bahnbrechenden Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts. Und Johannes, das ist dein Part? Gerne. Das Bundesverfassungsgericht hat ja im März 2021 einen sehr viel beachteten Beschluss gefasst, der nachdem das Bundesklimaschutzgesetz in Teilen verfassungswidrig ist, da keine ausreichenden Vorgaben für die Minderung von Emissionen ab dem Jahr 2031 enthalten waren. Die Verfassungsbeschwerde von den Klimaschützerinnen und Klimanschützern, die zum Teil noch sehr jung waren, war damit zum Teil erfolgreich. Und der Gesetzgeber musste das Klimaschutzgesetz nachbessern, was in der Folge dann auch geschehen ist. Der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts war dann in der Folge Anlass für eine Vielzahl von zivilrechtlichen Klimaklagen, insbesondere gegen die deutschen Automobilhersteller Mercedes-Benz, BMW und VW. Hier hatten die Deutsche Umwelthilfe und Greenpeace gegen die deutschen Automobilhersteller Mercedes, BMW und VW geklagt und verlangt, dass die Autokonzerne ab dem Jahr 2030 keine Verbrennungsmotoren mehr auf den Markt bringen sollen. Dabei stützen sie sich auf einen Unterlassungsanspruch, für die Juristen jetzt interessant, aus § 1004 und § 823 BGB und verlangten, dass die Automobilhersteller diese Verbrennungsmotoren nicht mehr auf den Markt bringen sollten, da ansonsten das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens nicht mehr eingehalten werden kann. Ja, und da muss man sagen, dass diese Klagen trotz des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts keinen Erfolg hatten. Die Gerichte wiesen die Klagen alle als unbegründet ab und sagten, dass allenfalls ein mittelbarer Eingriff in das Persönlichkeitsrecht der Kläger vorliegt. Und im Kern stellten die Gerichte auch dar, dass es nicht die Aufgabe von Gerichten ist, konkrete Vorgaben zu machen, welche Art von Motoren zu welchem Zeitpunkt verboten werden sollen, sondern dass das quasi die Aufgabe des Parlaments ist. Also würde hier die Gewaltenteilung nochmal in den Vordergrund gestellt. Und die Zivilgerichte nahmen sich ja zurück und urteilten nicht im Sinne der Kläger. Ja, vielen Dank, Johannes. Super interessant. Aber natürlich auch noch nicht so erfolgsgekrönt aus Klimaschutzsicht. Aber da haben wir vielleicht jetzt noch einen anderen Fall, der gegebenenfalls durchgreifen wird. Dieser spielt in Peru und Kläger ist ein Bergbauer, der in der Nähe eines Gletschers wohnt. Da dieser Gletscher schmilzt, wird seine Lebensgrundlage bedroht, denn es besteht akute Überschwemmungsgefahr in Richtung seines Hauses und seiner Felder. Und deswegen verklagt er nun RWE auf Erhalt der Kosten für die notwendigen Schutzmaßnahmen. Nach naturwissenschaftlichen Studien ist RWE Mitverursacher von Treibhausgasemissionen und zwar in Höhe von 0,47 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen. Und deswegen fordert der Bergbauer genau in diesem Umfang auch Schadensersatz. Genau, und das führt auch zu dem spannenden Vorkommen, dass hier Richter und Sachverständige des OLG Hamm nach Peru gereist sind, um sich vor Ort über den Gletscher und die Gefahren, die von ihm ausgehen, zu informieren. Und ja, aber alleine dadurch, dass das OLG diesen Beweisbeschluss erlassen hat und Beweis darüber aufnimmt, wie die Gefährdungslage gerade ist, zeigt es, dass es nicht von vornherein ausgeschlossen ist, dass der Anspruch besteht. Denn wenn das Gericht von vornherein der Meinung gewesen wäre, ein Anspruch kommt ja überhaupt gar nicht in Betracht, dann hätte es die Klage abgelehnt und nicht einen Beweisbeschluss erlassen. Also dürfen wir sehr gespannt sein, was hier in diesem Jahr oder Anfang nächstes Jahr entschieden wird. Genau, jetzt haben wir die Rechtsstreite zwischen Privaten auszugsweise angeschaut. Für das Vergabeverfahren sind diese allerdings weniger relevant, denn sie betreffen ja immer nur die Verpflichtung privater. Im Vergabeverfahren haben wir es ja vor allem mit der öffentlichen Hand zu tun und fragen uns, wie die öffentliche Hand nachhaltig beschaffen kann und welche steigenden Anforderungen hier kommen. Und Sarah, die menschenrechtlichen Klimaklagen sind doch da noch wesentlich interessanter. Ja, wir hatten zu Beginn ja schon erläutert, dass es auch menschenrechtsbasierte Klimaklagen gibt, also Klimaklagen, die sich auf Verletzungen von Menschenrechten stützen. Hierunter sind Beschwerden zu verstehen, mittels der einzelnen Vorspruchkörpern eine Verletzung ihrer Menschenrechte durch unzureichende Klimaschutzmaßnahmen von Staaten geltend machen. Im internationalen System ist vor allem der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg gefragt. Dort sind aktuell mehrere Klimaklagen anhängig. Der Europäische Gerichtshof, also der Gerichtshof für die EU-Mitgliedstaaten, ist hingegen bisher eher zurückhaltend. Dazu später mehr. Warum befassen wir uns eigentlich mit diesen menschenrechtsbasierten Klimaklagen, gerade im internationalen Bereich? Letztendlich macht der Klimawandel ja nicht vor nationalen Grenzen Halt, sondern betrifft generell die Welt. Und daher ist auch nicht viel damit geholfen, wenn nur einzelne Individuen oder Staaten sich dem Klimaschutz verschreiben, sondern es muss vielmehr eine Gesamtbewegung geben. Klimaschutz erfordert gerade internationale Kooperation und Koordination. Und hier können diese Urteile von solchen internationalen Gerichtshöfen zumindest Impulswirkung geben und gewissermaßen auf politischer Ebene Druck ausüben. Auch unabhängig vom rechtlichen Erfolg. Denn die Öffentlichkeitswirkung ist enorm. Ja, das hat man auch vor allem gemerkt an einem Urteil, das zwar national stattgefunden hat vor den niederländischen Gerichten, das sich aber auch auf eine Verletzung von Menschenrechten gestützt hat. Und zwar das Urteil des niederländischen obersten Gerichts gegen Shell. Denn das Gericht hat hier befunden, dass Shell seine Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2030 im Vergleich zum Jahr 2019 um 45 Prozent senken muss. Interessant dabei war vor allem die Begründung des Gerichts. Denn das Gericht erfindet eine ungeschriebene Sorgfaltspflicht des niederländischen Rechts, das das Recht auf Leben schützt. Und diese Entscheidung ist sehr historisch, hat in der Öffentlichkeit viel Anklang gefunden, aber noch nicht rechtskräftig. Das heißt, hier bleibt noch abzuwarten, ob die Rechtsmittel des beklagten Shell-Konzerns hier Erfolg haben werden. Ja, wesentlich zurückhaltender im internationalen Vergleich ist der Europäische Gerichtshof. Der Europäische Gerichtshof wurde im Jahr 2021, hat er eine Entscheidung gefällt im sogenannten People's Climate Case. Dabei handelt es sich um eine Klage von Privatpersonen vor dem Gericht der Europäischen Union, vor dem EUG, dem Gericht erster Instanz. Geklagt hatten die Kläger gegen das Europäische Parlament und den Rat der Europäischen Union und forderten den Schutz ihrer Grundrechte ein. Sie verlangten dazu eine Begrenzung des Temperaturanstiegs durch effiziente europäische Klimapolitik. Diese sei aus ihrer Sicht noch nicht gegeben. Und daraus folgerten sie, dass sie und ihr Leben gerade in Gefahr sind aufgrund des Klimawandels. Die Klage erfolgte von elf Personen oder Gruppen und richtete sich gegen drei EU-Richtlinien. Und ja, der EuGH entschied als zweite Instanz über die Klage und wies sie ab. Problem war nämlich, dass aus Sicht des EuGH die Kläger nicht individuell genug betroffen gewesen sind, um sich hier gegen die Richtlinien zu wenden. Deshalb hielt der Europäische Gerichtshof die Klage bereits für unzulässig. Er stellte zwar fest, dass die Folgen des Klimawandels jeden Menschen anders treffen. Aber er sagte auch, dass das nicht bedeutet, dass einzelne Personen gegen jedes EU-Gesetz klagen können. Denn nur, wenn eine Maßnahme jemanden individuell betrifft, ist auch diese Person klagebefugt. Das ist auch ein bisschen das Problem bei den menschenrechtlichen Klimaklagen, dass man immer versuchen muss, eine Konstellation zu finden, in der einzelne Personen ganz besonders betroffen sind von bestimmten gesetzgeberischen Maßnahmen oder auch von Maßnahmen, die von Unternehmen ausgehen. Der Fall der Schweizer Klimaseniorin vor dem EGMR zeigt das mittlerweile ganz eindrücklich, wie die Kläger hier versuchen, kreativ zu werden und die individuelle Betroffenheit annehmen wollen. Ja, worum geht es in diesem Fall? Wie der Name schon verrät, um Senioren, die sich darauf berufen, dass ältere Menschen besonders stark vom Klimawandel und seinen Folgen betroffen sind. Insbesondere wird die Gesundheit beeinträchtigt durch die starken Hitzewellen etc. Die Seniorinnen haben zunächst den Schweizer Staat verklagt und zwar unter Berufung darauf, dass der Staat nicht ausreichend Maßnahmen ergreift, um das Klimaziel des Pariser Abkommen zu erreichen, also die 1,5 Grad. Die Klage hatte keinen Erfolg. Deswegen haben die Seniorinnen den EGMR angerufen, also den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Und dieser hat zumindest die Klage noch nicht abgewiesen. Das lässt hoffen, dass der EGMR das Recht auf Leben für Betroffenen ansieht und dass er insoweit entscheiden wird. Ganz genau. Und eigentlich in diesem Jahr oder Anfang nächstes Jahr steht die Entscheidung des Gerichts an. Wir sind sehr gespannt, denn wenn das Gericht hier eine progressive Entscheidung trifft, könnte es natürlich die Schweiz dazu verpflichten, konkret mehr für den Klimaschutz zu tun. Und das hätte dann auch mittelbar Auswirkungen auf alle anderen Länder, die der Rechtsprechung des EGMR unterfallen. In einem anderen Fall hat der EGMR auch eine sehr interessante Entscheidung vor sich. Und zwar hat er die Klage von einem portugiesischen Kind und weiterer Mitstreiter angenommen. Angenommen, diese Kläger klagen gegen 33 Länder, darunter alle europäischen Länder und verlangen, dass eine drastische Senkung von Emissionen durch die nationalen Gesetze erfolgen soll. Besonders an diesem Fall ist, dass der EGMR darauf verzichtet hat, dass die Kläger zuerst den nationalen Rechtsweg beschreiten müssen. Eigentlich ist es ja so, um überhaupt zum EGMR kommen zu können, muss ich erst meinen nationalen Rechtsweg beschreiten. Und nur wenn ich da keinen Erfolg hatte, kann ich mich dann gegen diese Entscheidung beim EGMR wenden. Und hier hat der EGMR aber gesagt, die Kläger hätten nicht die Möglichkeit, oder es sei zu kompliziert, zu aufwendig und würde zu lange dauern, erst den nationalen Rechtsweg zu beschreiten. Und hat die Entscheidung daher auch hier angenommen, obwohl der nationale Rechtsweg noch nicht durchlaufen wurde. Das lässt schon erwarten oder etwas durchblicken, dass der EGMR hier eine sehr progressive Rolle einnimmt. Und wir sind sehr gespannt, was bei den beiden Verfahren rauskommt. Jetzt haben wir hier in Kürze nur ein paar Klimaklagen vorgestellt und möchten jetzt nochmal den Rückschluss darauf ziehen, was hat das denn eigentlich alles mit dem Vergaberecht zu tun? Und wir sind ja hier in einem Vergaberechtspodcast, Sarah. Und die menschenrechtlichen Klimaklagen, wie könnten die sich denn auf das Vergabeverfahren auswirken? Letztendlich wird es dazu führen, dass die Anforderungen an sogenannte grüne Kriterien im Vergabefonds steigen werden. Bereits jetzt haben wir ja schon vermehrt Lebenszyklusbetrachtungen, die immer mehr an Gewicht gewinnen, ebenso wie nachhaltige Kriterien bei der Festlegung des Auftragsgegenstandes oder in der Wertung von Angeboten. Bereits jetzt haben wir auch schon in einigen Landesvergabegesetzen die Pflicht, umweltverträglich zu beschaffen. Und die Tendenz steigt, dass das auch in anderen Ländern durchgesetzt werden wird. Ganz genau. Denn wenn sich diese Klimaklagen fortsetzen und wenn der EGMR hier tatsächlich zur Entscheidung kommen sollte, dass einzelne Länder zu wenig tun für den Klimaschutz und die Länder dazu verurteilen sollte, hier mehr zu machen, wird sich das natürlich auch auf die Gesetzgebung auswirken. Und das haben wir in den letzten Folgen auch schon dargestellt. Natürlich ist das Vergaberecht ein ganz wesentlicher Punkt, um festzulegen, welche Kriterien bei der Vergabe zu beachten sind. Und der Staat hat ja mit seiner enormen Marktmacht ein sehr großes Potenzial, Unternehmen zu steuern, nachhaltige Kriterien zu fördern und so insgesamt dafür zu sorgen, dass der Staat weniger klimaschädlich beschafft und so insgesamt dafür zu sorgen, dass der Staat mehr für den Umweltschutz und den Klimaschutz tut. Letztlich untermauern die Klimaschutzklagen, dass nachhaltige Beschaffung immer wichtiger wird. Und unterstreicht auch die Bewegung auf europäischer Ebene, wie zum Beispiel mit dem Green Deal. Das ist in der Gesamtbetrachtung zu sehen und die öffentliche Hand muss da jetzt mitziehen und auf den Zug aufspringen. Deshalb lohnt es sich aus unserer Sicht, die Klimaklagen zu beobachten, vor allem die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zu verfolgen und insgesamt einen Fokus darauf zu legen, ob die Rechtsprechung hier Kriterien aufstellt, die sich auch auf die Vergabepraxis auswirken. Wer sich darüber weiter informieren will, der ist herzlich eingeladen, unserem Newsletter zu folgen. Da werden wir über die Entwicklung weiter berichten und kommen damit zum Schluss unserer Podcast-Folge. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Unsere Urteile und Beschlüsse, die wir heute vorgestellt haben, verlinken wir Ihnen gerne in unserem Blogbeitrag und in den Shownotes. Dort finden Sie auch unsere E-Mail-Adresse schonvergeben.holking.de An diese können Sie gerne Fragen und Anmerkungen senden. Die beantworten wir gerne. Wir freuen uns auch, wenn Sie uns noch weitere Themenwünsche mitteilen, die wir in unserem Podcast behandeln sollen. Schreiben Sie uns dazu gerne eine E-Mail. Wir freuen uns darauf und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss.